Herzlich Willkommen. Auch heute wartet eine spannende Passage auf uns. Ich starte mit Jesaja 53, Vers 6. Wir alle ehrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Nein, gestern im Psalm 22 wurden wir von David zum Fuß des Kreuzes geführt. Heute erleben wir durch den Propheten Jesaja, 700 Jahre vor Christi Geburt, beschreibt er das Karfreitaggeschehen. Und wir wollen diesen Text bewusst in seiner Länge lesen. Jesaja 53. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir ehrten alle umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Wow. Schafe. Schafe sind eine Metapher für uns Menschen. Hier wird gesagt, wir waren ohne Plan. Schafe, die man ohne Führung lässt, zerstören am Ende sich und ihre ganze Umgebung. Dieses Motto von Frank Sinatra, I did it my way, ist einfach Unsinn. Nein, wenn wir selber unseren Weg gehen, gehen wir in die Irre und in die Finsternis. Jesus kam. Er kam als das Opferlamm und er lud stellvertretend unsere Schuld auf sich und unsere Krankheiten. Er wurde zwischen zwei Räubern gekreuzigt und ins Grab eines reichen Mannes. Josef von Arimatia gelegt, so geht der Vers 9 weiter. Doch es war der Wille Gottes. Das Kreuz war der Wille Gottes. Schon vor Grundlegung der Welt hatte Jesus sich bereit erklärt, für die verlorene Menschheit zu sterben. Adam und Eva hatte Gott vorausgesehen mit ihrem Ungehorsam. Und er hatte die Lösung schon längst parat. Rettung durch den Gottessohn. Oh, Reichtum der Gnade Gottes. In diesem Kapitel wird uns Jesus als der leidende, sich opfernde Gottesknecht dargestellt. Die Juden haben im Jahre 1100 nach Christus diese Interpretation vehement abgelehnt. Nein, hier in diesem Kapitel 53 darf gar nicht von Jesus Christus die Rede sein, sondern das war halt irgendeiner von den vielen Messiasen, die sich immer mal wieder aufgestellt hatten. Wenn das Volk Israel an den Messias dachte, dann an einen hohen Priester, der stellvertretend für sie ein Opfer bringen würde und durch dieses Opfer würden sie dann gerechtfertigt werden. Aber dass der hohe Priester selber das Opfer sein würde, das war weit von jeder Vorstellung entfernt. Jesus kam, um uns von aller Schuld und Sünde zu befreien, von allen Krankheiten, die sie zu tragen, um uns die Gerechtigkeit zurückzubringen, die vor Gott gilt. Er trug den Zorn Gottes und wir dürfen die Vergebung und den Frieden genießen. Er ist dieser unglaublich gute Herde, der sein Leben lässt für seine Schafe. Danke, Jesus. Vielen Dank, dass Sie unser Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!